Solange wie das aber nicht der Fall ist, sondern wir Streifenpolizisten haben, die nicht nur körperlich nicht in der Lage sind, angemessen und schnell auf eine sich eskalierende Situation zu reagieren, sondern auch emotional nicht in der Lage sind, unterbewusst diese Entscheidung zu treffen, wenn ich die Waffe ziehe, dass ich auch schieße. Solange das nicht passiert, haben wir eine Situation, die nicht nur suboptimal im Augenblick ist, sondern auch den Polizisten eine unglaubliche... Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über unsere Polizei, ihre Schusswaffen und den Gebrauch. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr mehr über die Hintergründe hinter solchen Schlagzeilen. Denn das ist unser Job, uns damit zu beschäftigen, wie kommt es dazu, dass die Welt über solche Dinge redet oder sie uns verschweigt. Ja und wenn wir über Polizisten reden, dann hat ja jeder von uns so sein Weltbild. Viele von uns, die so die 50 hinter sich haben, die sind noch in einer Zeit groß geworden, wie sagt man heute so schön, sozialisiert worden, als man vor drei Funktionsträgern eine besondere Form des Respekts gehabt hat. Vor dem Lehrer, vor dem Pastor und vor dem Polizisten. Ja, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Über Lehrer kann man geteilter Meinung sein, sie spielen mit Sicherheit in der kindlichen Prägung eine besondere Rolle. Bis hin zum jungen Erwachsenen sind sie ein stetiger Bekleidter unserer Jugend und haben da eine, denke ich mal, heute nicht ganz so einfache Aufgabe. Über Pfarrer, Priester und Pastoren kann man geteilter Meinung sein, auch hier ist Fluch und Segen sehr nah beieinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier ranken sich Mythen um den ehemaligen geistigen Leiter oder Anleiter, wenn es ums Spirituelle geht. Aber auch da rankt sich ja einiges im mehr fragwürdigen Bereich. Aber ihr hört es schon, hier geht Skepsis einher und der ehemalige Kult um, man dürfte weder dem Lehrer noch dem Pastor widersprechen, hat sich geändert. Wo es sich aber extrem geändert hat, das sind unsere Polizisten, die Ordnungshüter. Mein Gott, was hatten wir damals einen Respekt vor allem dem, was damals aus der grünen Minna, die gab es damals noch, geklettert ist. Denn der Dorf-Sheriff bis hin zu den kultigen Polizisten à la Schimanski, ja, in der Zeit bin ich groß geworden. Schimanski war noch einer der jungen, wilden damals, Götz-George, Gott habe ihn selig, war die verkörperte, neue Version des modernen Polizisten. Aber ich schweife ab, kommen wir zurück zu eben genau diesen Polizisten, den Umgang mit der Gesellschaft und dem Schusswaffengebrauch. Ja, das ist ein weites Feld. Wenn man überlegt, dass in England Polizisten im normalen Außendienst gar keine Waffen tragen, sondern mit Trillerpfeife und Schlagstock bewaffnet sind, weil man glaubt, dass das den positiveren Eindruck auf die Umgebung macht und man hier versucht eben Freund und Helfer zu sein. Ja, so ist es ja auch bei uns. Freund und Helfer ist so das geflügelte Wort. Aber wie freundlich und wie hilfsbereit kann ein Polizist heute sein, wenn er sich mehr und mehr mit einem marodierenden Mob konfrontiert sieht in unseren Brennpunktstätten, aber auch an Brennpunktorten in kleineren Städten wie Bahnhofsviertel oder No-Go-Areas, Bereichen, in denen Gangs mittlerweile lange das Kommando übernommen haben, kommt es vermehrt zu Attacken auf unsere Polizei. Und immer häufiger hört man, dass sich Polizei zur Wehr setzt und das nicht nur mit Gesten, Worten oder Pfefferspray bzw. dem Taser, sondern eben auch mit der Schusswaffe. Es gibt, wie ihr hier seht, bundesweit gar nicht so viele Tötungsdelikte, die durch den Gebrauch der Schusswaffe an den Tag treten. Aber, und das ist das Entscheidende, immer öfter sehen sich Polizeibeamte mit einer Situation konfrontiert, in der sie die Schusswaffe ziehen müssen. Und genau an dieser Stelle möchte ich mit dem heutigen Beitrag ansetzen. Das war jetzt ein weites Feld vorab, aber ich glaube, es ist wichtig, damit ihr versteht, es geht mir nicht darum, dass ich hier den Wilden Westen ausrufen will, dass ich hier Law and Order im Stile der USA an den Tag legen möchte, dass im Bedarfsfall sehr schnell geschossen wird, sondern der sinnhafte Gebrauch der Schusswaffe muss zum Polizeialtag gehören. Aber im Rahmen der polizeilichen Ausbildung wird dieses Thema nahezu ignoriert. Ja, jeder, der heute in den Polizeidienst geht, der im Polizeidienst aktiv werden will, muss irgendwann an der Waffe ausgebildet werden. Das ist aber nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, dann macht man da einen Haken dahinter, ist sozusagen im Lehrplan abgearbeitet worden und dann geht derjenige raus, wird mit einer Öffentlichkeit, die zunehmend feindseliger ist, mit eskalierenden Situationen im Umfeld von Schwimmbädern. Wer hätte das früher gedacht, dass Hotspots in mittleren und Großstädten mittlerweile Freizeitbäder sind. Ja, oder eben auf Demonstrationen. Oder aber einfach so im Streifendienst. Weil wer hätte geahnt, dass ein auf dich zurennender Syrer mit einem Messer so auf dich einsticht, dass das zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen kann. Und genau in dem Fall ist es wichtig oder wäre es wichtig, dass Polizisten in der Lage sind, solche Situationen in einem weitaus höheren Maße intuitiv zu behandeln. Was heißt das? Das heißt, sie müssen lernen, dass das zu solchen Situationen kommt. Und ich möchte da ein Beispiel nennen, damit ihr versteht, warum hier mehr Augenmerk draufgelegt werden muss, als das im Moment der Fall ist. Im Moment ist, in den weiten Teilen, wenn wir nicht von der Bundespolizei reden, ist Polizei und Ordnungsdienst ist Ländersache. Das heißt, jedes Land hat hier seine eigenen Spielregeln, aber man kann davon ausgehen, um eben hier seine Leistungsfähigkeit nachzuweisen, reicht es aus, dass du einmal im Jahr insgesamt für 10 Stunden noch mal trainierst und um die 100 Schuss abgibst, bei manchen sogar nur 50 Schuss, auf Scheiben teilweise. Das heißt, du schießt in einer klinischen Situation auf ein statisches Ziel. Das bewegt sich nicht und du hast vorher in aller Ruhe, setzt deinen Gehörschutz auf, visierst an, schießt und nimmst damit sozusagen die Qualifikation entgegen, wieder ein Jahr lang die Waffe in der Öffentlichkeit tragen zu dürfen. Das ist aber weit weg von dem, was wir heute in der Praxis haben. Und ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Es gab einen sehr berühmten österreichischen Tischtennisspieler, der mal gesagt hat, ich wurde erfolgreich auf internationalem Niveau, als ich aufgehört habe, nach dem Ball zu schlagen. Das, was zunächst einmal ein Lachen ausgelöst hat unter uns Journalisten, war im Grunde genommen eine Erklärung dafür, dass er gesagt hat, irgendwann nach tausenden von Bällen, die ich gespielt habe, war der Bewegungsablauf so automatisiert, dass es spontan zu einer Reaktion kam, weil ich die Situation antipiziert habe. Ich habe nicht gewartet, bis ich gesehen habe, was mein Gegenüber gemacht hat, sondern aufgrund der Bewegungsabläufe konnte ich die Situation unterbewusst lesen. Mein Körper hat automatisch auf die Situation reagiert und hat eine Aktion gestartet. Genauso sollten wir unsere Polizisten so weit trainieren, dass sie lernen, eine Situation zu lesen, dass sie merken, wenn sich eine Situation entwickelt, was da passieren könnte und dass der Griff zur Waffe, das Anvisieren, das Abgeben eines Warnschusses, das Reflektieren, ob der Warnschuss eine entsprechende Reaktion ausgelöst hat oder nicht und der folgende Schuss nun den Aggressor stoppt, dass das automatisiert vorgeht. Das schützt nicht nur die Umgebung, sondern schützt auch jeden Polizisten und seine Kollegen selber. Solange wie das aber nicht der Fall ist, sondern wir Streifenpolizisten haben, die nicht nur körperlich nicht in der Lage sind, angemessen und schnell auf eine sich eskalierende Situation zu reagieren, sondern auch emotional nicht in der Lage sind, unterbewusst diese Entscheidung zu treffen, wenn ich die Waffe ziehe, dass ich auch schieße. Solange das nicht passiert, haben wir eine Situation, die nicht nur suboptimal im Augenblick ist, sondern auch den Polizisten eine unglaubliche Stresssituation empfinden lässt. Denn wenn er es nicht gewohnt ist, Entscheidungen in Sekundenfrist zu treffen, Schuss abgeben oder nicht, kann es sein, dass es genau die Sekunde zu lange dauert, die zum Beispiel in Mannheim den Polizisten Uwe Lauer das Leben gekostet hat. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Wir haben sich ändernde Rahmenbedingungen. Wir sollten auch ändernde Ausbildungsbedingungen schaffen, damit unsere Polizisten draußen im Alltag angemessen und zeitnah reagieren können. Dazu kommt übrigens noch eins. Es muss auch eine Rechtssicherheit geben. Denn wenn ein Polizist nicht weiß, ob er sich im rechtlich gesicherten Raum bewegt, wenn er die Waffe zieht und schießt und dabei ein Mensch zu Tode kommt, dann haben wir ein Problem. Er wird es nicht tun. Denn wer riskiert persönliche Konsequenzen, wenn er sich nicht sicher ist, wie der Staat mit ihm umgeht, um eine Situation angemessen zu deeskalieren. In diesem Sinne, denkt mal drüber nach. Ciao for now, euer Chris. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.